Die Demos gegen die Corona-Maßnahmen, die ziehen übrigens sehr interessante Leute an. Ich weiß nicht, ob ihr das mal genauer beobachtet habt, wer da so rumrennt und protestiert gegen die Einschränkung der Grundrechte. Das sind natürlich Leute, die teilweise von den politischen Extremen kommen, manche radikalen Linken, manche radikalen Rechten. Aber es sind auch einfach ganz normale Bürger dazwischen, die einfach Angst haben und deswegen in Ordnung finden, wenn man alle Leute über 70 opfert. Ist doch ein menschlicher Wunsch. Muss man mal sagen. Auf solcher einer Demo ist mir jemand aufgefallen, auf einem Foto, der trug ein Sprüche-Shirt. Und dieses Sprüche-Shirt will ich euch nicht vorenthalten, denn ich bin großer Wortspiel-Fan. Und da hat jemand wirklich geschafft, all seine Erzfeinde, gegen die er protestiert, in einem cleveren Wortspiel, in einem Satz zusammen zu wursten. Der dann lautete, das Spahn-F-Merkel, das Spahn-F-Merkel ist nicht ganz bei Trosten. Entchronifizierung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, jetzt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Gut, okay. Ich find's heftig, dass der das so hingekriegt hat. Künstlerisch hochgradig wertvoll, oder? Freunde, Leute wie Attila Hildmann, Xavier Naidoo, Detlef De Soust oder Ken Jebsen sind alle erstaunlich gut informiert, oder? Also noch besser als ich, wissen die Bescheid über Geheimverschwörungen. Und die schimpfen immer wie Rohrspatzen auf die sogenannten Systemmedien. Die bösen Systemmedien, die sind alle gekauft. Da wird immer nur positiv über Merkel und Drosten und den Lockdown berichtet, etc. pp. Wobei, stimmt das eigentlich? Mir ist ein Ausschnitt ins Auge gefallen, aus dem Systemmedium ARD, über den ich gerne ein bisschen reden möchte. Das ist nicht schön. Wir gucken mal kurz rein und dann sprechen wir darüber, was da passiert. In der ARD ausgestrahlt, vor wenigen Tagen. Frau Merkel ist ja offenbar diesen Herrn Drosten verfallen. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass die Merkel noch im Herbst ihrer Amtszeit, und nicht nur ihrer Amtszeit, wenn man ehrlich ist. Ich meine, ist dieser Drosten noch ihr virologischer Berater? Oder ist sie ihm inzwischen höriger? Ich meine, sowas gibt es ja. Drosten ist ja inzwischen auch als Mundschäck, Reichsverweser und als Hofnacht tätig. Und vielleicht auch noch als... Ja, komm, lass uns jetzt nicht. Nee, lass uns jetzt nicht. Ich frage mich das ja auch, lieber Dieter Nur. Ich frage mich das auch, wieso hört Angela Merkel überhaupt auf solche dahergelaufenen internationalen Experten für Virologie? Wieso hört die nicht auf solche Leute, wieso hört die auf solche Leute und nicht auf richtige Spezialisten, die schon mal im Halbschlaf ein Video zum Thema auf YouTube gesehen haben? So Leute wie Ken Jebsen, Attila Hildmann und naja, Dieter Nur, I guess? Wobei, das ist unfair. Immerhin war Dieter Nur an einer Universität. Gut, okay, er hat jetzt nicht direkt Virologie studiert, nicht direkt, mehr so Kunst und Geschichte. Auf Lehramt. Aber dafür immerhin bis zum ersten Staatsexamen. Also quasi fast fertig. Seine 2017 erschienene Autobiografie heißt Die Rettung der Welt. Und da wird mir natürlich einiges klar. Das ist schon frech, wenn dann andere daherkommen und plötzlich die Welt retten. Erst dieser Tim-Bensko-Typ und dann jetzt auch noch dieser Christian Drosten. Das ist doch nicht fair. Ich werde wie ein Idiot behandelt. Ja, das ist nicht schön. Da kommt man schon mal als Träger sämtlicher Kabarett- und Comedypreise des Landes auf die Idee, in einem Witz anzudeuten, dass da eben was laufen könnte zwischen Merkel und Drosten. Ist doch ein guter Gag. Mit einer schönen Portion Stammtischsexismus, aber durch klassisch kabarettistische Schlaumarei abgefedert, weil der Herr Geschichtslehrer das Wort Reichsverweser eingebaut hat. Ja, super. Hör mal. Und jetzt kommt mir nicht mit, der Sebastian ist doch nur neidisch. Der ist neidisch, weil der Dieter erfolgreicher ist. Kids, ihr habt das Leben nicht verstanden, wenn ihr Erfolg festmacht an Macht, Berühmtheit oder Reichtum. Ehrlich. Wer reich und berühmt und mächtig ist, wisst ihr das? Donald Trump, Wladimir Putin, Kim Jong-un und unter uns studierten Historikern. Mir fällt da noch ein krasseres Beispiel für einen mächtigen, reichen und berühmten Mann ein. Aber den lasse ich jetzt hier mal weg, damit man mir hinterher keinen Hitler-Vergleich vorwirft. Aber aber mal ernst beiseite. Ich meine, ich bin ja selber Komiker und ich habe viele Jahre auch Gags geschrieben. Ich habe Gags geschrieben unter anderem für extra drei. Ich war sogar mal als Comedian in einer Fernsehshow bei Dieter Nuhr. Lol. Wenn ich jetzt als Profi mal einen Blick auf den Gag über Drosten und Merkel werfe, dann wundert mich, dass der Dieter hier so wahnsinnig einfach verfährt. Oder? Das ist abgesehen von der Geschmacklosigkeit doch auch eine sehr, sehr schlechte Pointe. Drosten und Merkel, die arbeiten eng zusammen. Haha, ein Mann und eine Frau, die arbeiten eng zusammen. Die Bumsen bestimmt. Ja. Uff. Hier als Gegenvorschlag meine Top Ten der mittelmäßigen Kabarett-Gags über Merkel und Drosten, die immer noch besser sind als Dieter Nuhrs Stammtisch-Andeutungen. Platz 10. Angela Merkel rennt diesem Drosten ja ganz schön hinterher. Für wen hält sie sich? Für Samwise Gamgee? Hahaha. Neun. Angela Merkel hört jetzt auf Virologen. Das ist doch verrückt. Auf wen hört die denn als nächstes? Auf Klimaforscher? Acht. Angela Merkel wechselt ihre Meinung über Corona-Maßnahmen noch schneller als ihre Meinung zur Atomkraft. Und da hat sie seit den 90ern wirklich alle Positionen zugehabt. Sie ist dafür und dagegen, das sofort oder später oder niemals zu beenden. Ja, logisch. Ist doch klar. Die Angela. Platz 7. Sobald meine Zettel mich umblättern lassen. Hier mein Teleprompter ist noch analog. Andererseits verstehe ich Angela Merkel auch. Wenn ich mich zwischen einer Zusammenarbeit mit Armin Laschet auf der einen Seite und Markus Söder auf der anderen Seite entscheiden müsste, dann würde auch ich Christian Drosten wählen. 6. Angela Merkel hat Deutschland ein Antivirus-Programm installiert. Man darf gespannt sein, ob wir im nächsten Schritt auch alle einen richtigen Internetanschluss kriegen. Hashtag Neuland. Hashtag Sad. 5. Wusstet ihr, dass Christian Drosten schon 2003 internationale Anerkennung als Virologe erfahren hat, weil er für die damalige SARS-Pandemie einen Schnelltest entwickelte? Das klingt erstmal beeindruckend, aber ich hab mir die Bilder von damals angeguckt. Der hatte damals schon vor über 20 Jahren eine Lockdown-Frisur. Da kann er auch kein Zufall sein. 4. Christian Drosten treibt sich ein wenig mysteriös am Hof der Herrscherin herum, hat strubbeliges Haar und weiß immer alles. Für wen hält er sich? Tyrion Lannister? 3. Man muss ja auch an Ursula von der Leyen denken. Denkt doch mal einer an Ursula von der Leyen, oder? Die hatte als Verteidigungsministerin zig Berater engagiert. Das war scheißteuer, hat nix geholfen und alle waren sauer auf sie. Und jetzt holt sich Angela Merkel einen Berater. Einen Berater! Und der rettet zigtausend Menschenleben. Alle sind happy und der macht das vermutlich auch noch umsonst. Das ist doch nicht fair. 2. Angela Merkel und Christian Drosten, wenn man die zusammen sieht mit ihren komischen Frisuren, den betonten normalen Klamotten und ihren schwermütigen Texten über soziale Distanz, Einsamkeit und den Weltuntergang, warum sind die eigentlich keine stabile Indie-Band aus Kreuzberg? Namens We Are Us. We Are Us. We Are Us. 1. Christian Drosten, der kommentiert ja hauptberuflich die Handlungen der Regierung, tritt dauernd im Fernsehen auf und ist aber überhaupt kein bisschen lustig. Im Grunde wie Dieter Nuhr. Nur zehn Jahre jünger. Und relevant. Okay, okay, lassen wir das. Was ich nämlich überhaupt nicht verstehe, warum thematisiert nur das Alter von Merkel in diesem Kontext? Sie ist 65 Jahre alt. Okay, ja, 65, das ist natürlich mega alt. Nicht so ein junger Wilder wie Christian Drosten, oder? Wie Dieter Nuhr meine ich. Dieter Nuhr, der junge Wilde. Wie alt ist denn der? Der wird dieses Jahr 60. Der hat also noch viel mehr Zeit, also in seinem Leben. Also außer wenn man den Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der durchschnittlichen Lebenserwartung berücksichtigt, dann stirbt er früher. Ich will jetzt da auch nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Also auf gar keinen Fall. Also, ähm, der Dieter Nuhr atmet zwar schon ein bisschen komisch, aber, aber was soll's. Also, ist euch das aufgefallen in dem, in dem Clip? Ich will jetzt, also wirklich, ne? Also Sebastian, Sebastian. Der Dieter ist halt Alleriker und deswegen, Allergiker und deswegen, deswegen atmet der schwer, ja? Das kannst du doch nicht einfach missbrauchen für so einen billigen Witz über körperliche Oberflächlichkeiten. Das geht doch nicht. Merkt ihr selber, ne? Billige Witze über körperliche Oberflächlichkeiten. Bleiben wir halt beim Inhalt. Ich hab da mal ein paar Worte ausgetauscht aus dem Original-Clip und plötzlich klingt er so. Ha! Ja, der, der, der Herr Nuhr, der ist ja offenbar mit dieser Sache namens Aufmerksamkeit, der, der ist ja völlig verfallen, ne? Ich meine, wer hätte das gedacht? Ha, 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 der Nuhr im, im Herbst seiner Karriere, und nicht nur seiner Karriere, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ich meine, kriegt dieser Nuhr noch Aufmerksamkeit, weil er relevante Dinge sagt? Oder haut er inzwischen einfach flache Stammtischparolen raus, damit sich die Leute darüber aufregen und der Dieter auf diese Art und Weise sich noch ein bisschen selbst spüren kann. Ist der der Aufmerksamkeit inzwischen hörig? Ich meine, sowas gibt es ja. Erst Greta Thunberg beleidigen, den Islam kritisieren und jetzt halt andeuten, dass Merkel und der Drosten, ich meine, das würde der doch nicht machen, der Dieter Nuhr, wenn zwischen ihm und der Aufmerksamkeit, also ich will da jetzt nicht spekulieren, aber, aber ich mach's mal trotzdem. Ja, der Dieter macht auf mich schon ein bisschen notgeilen Eindruck. Wenn ich das so sehe, zitiere ich ja immer gerne einen weisen Satz und der lautet, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Dieter Nuhr. Ja, schon spannend, wie sich manche Kreise schließen, oder? Okay, okay, ich hab mich ein bisschen aufgeregt, ich atme mal tief durch, ich komme wieder ein bisschen runter. Ich will ja auch, also ich atme ein bisschen durch, aber nicht so weird durch die Nase, ich bin ja kein Echse-Mensch, ne? Kommen wir zu schöneren Nachrichten. Schönere Nachrichten. Die 1. und die 2. Bundesliga starten wieder. Ist das nicht wundervoll? Also jetzt nicht ganz alle, die starten nicht alle, weil ein paar Mannschaften halt in Quarantäne sind. Also zumindest Dynamo Dresden kann ich mitmachen. Aber sonst halt alle. Es gibt nur ein paar neue Regeln. Und das ist auch gut, dass es diese neuen Regeln gibt, I guess. Wobei, ich raffe nicht mal so richtig die Abseitsregel. Und diese verwirren mich, also insbesondere diese hier verwirrt mich. Man soll die Bälle desinfizieren während des Spieles. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn Timo Werner Anlauf nimmt, sich den Ball schnappt und zum Konter losspurtet, rennt dann irgendwie Uwe Kaczynski aus Bottrop, der Hygiene-Referee, nebenher und sprüht nach jedem Ballkontakt den Ball ein? Also so ungefähr? Ich weiß nicht. Klingt schwierig. Wobei, wenn das tatsächlich gemacht würde, da würde ich halt auch mal reingucken in so ein Spiel. Wenn man nicht gerade professionell Fußball spielt, dann sollte man natürlich trotzdem auf Social Distancing achten. Das geht auch nicht immer leicht. Letzte Woche habe ich mir hier die kanadische Methode vorgestellt, dass man vier Raben Abstand halten soll. Das hielt ich für ziemlich absurd. Mittlerweile geht es natürlich noch absurd dazu. In einem Café in Schwerin hat man jetzt den Gästen Hüte aus Poolnudeln gebaut, damit die richtig Abstand halten können. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Sarah für den Tipp. Ich bleibe dabei. Die beste Methode zum subtilen Abstand halten, die ist nach wie vor ganz unauffällig. Einen sehr, sehr großen Reifrock zu tragen. Mein Trick ist, dass ich den Reifrock auf dem Kopf trage. Dann spare ich mir auch gleich den Mundschutz. Gut, man sieht ein bisschen aus wie so ein Pilz bei Super Mario, aber man bleibt trocken, wenn es das nächste Mal Bier regnet. Und es wird Bier regnen. Das ist die nächste gute Nachricht. Sie kommt aus Irland. Diese drei Damen haben sich überlegt, Drohnen zu benutzen, um Bier über die Leute zu ergießen. Das ist doch wunderschön, oder? Das tröstet mich ein kleines bisschen. In dem Bild sieht man die Drohne. Sie ist auch im Bild. Man sieht sie aber nicht besonders gut, weil das Lächeln der drei wunderbaren Damen hier das überstrahlt. Ich habe das mal ein kleines bisschen rausgearbeitet. Da ist die Drohne. Ich finde sie wunderschön, oder? So. Ich mindestens teu drastetmen. Und wenn sie des auf die Dose des drehtares sind, Ich hoffe, das ist schon schwer, sonstn und wo ich dachte. Ich hoffe, das macht es nach Enterprise. Ich habe davon ver spanning algunos oder dive oder Malfe? Vielen Dank.